Was haben wir gegen Lübeck gespielt? Ja, gegen Lübeck haben wir gut gespielt, aber jetzt kommt das erste Spiel in der Sparkasse Arena. Und das ist mein Traum für unsere Fans in Sparkasse Arena zu spielen und ich will natürlich gegen Magdeburg gewinnen. In Sparkasse Arena sind alle Leute sehr laut und das freut mich. Für uns ist es ein bisschen einfacher zu spielen und natürlich brauchen wir Hilfe für unsere Fans. Ich glaube, Alfred wird eine gute Taktik vorbereitet für uns und wir müssen noch schneller spielen. Und ich bin sicher, dass wir gewinnen können.